Hallo, ich bin Markus von Roots of Change. Das folgende ist eine von mir genehmigte Video-Übersetzung von AudioDub. Genieße es! Musik 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 Haha Ihre Kinder wieder in den Pool. Wie können sie es wagen? Ernsthaft? Also musste ich hierher kommen. 57 Stockwerke. Ich brauchte sieben Minuten und acht Sekunden, um heraufzukommen. Und natürlich muss ich auch hinuntergehen, was gestern etwas mehr als sieben Minuten gedauert hat. Ich bin nicht gerannt oder so, aber ich kam schneller hoch als runter. Ich habe angefangen zu laufen. Als ich den ganzen Weg nach oben kam, war ich außer Atem. Ich war erschöpft. Einige dieser Treppen sind verdoppelt. Ich habe gerade einen langen Weg zurückgelegt und bin immer noch auf 55. Die Leute sind oft neugierig, wie ich über die Grenzen gekommen bin. Deshalb sind die Leute oft neugierig darauf, wie ich mit dem Fahrrad Grenzen überquere. Es hängt von der Grenze ab, aber die, die von Malaysia nach Singapur überquert wird, in Singapur nach Malaysia. Ich steige einfach in die Motorradspur ein. Das habe ich gerade getan. Und für einen Freitag gab es null Besetzungen. Ich war überrascht, weil ich hörte, es würde Backups und verrückte Besetzungen geben. Aber das war's dann auch. Nach 30 Tagen habe ich Singapur verlassen und bin jetzt in Malaysia. Ich werde fünf Tage warten, bevor ich nach Singapur zurückkehren, mein indonesisches Visum erhalten, nach Malaysia zurückkommen und dann mit dem Kajak nach Indonesien und Sumatra fahren kann. Ganz einfach. Es gibt Sunshine und Rollo. Sie wollen wirklich mit mir kommen. Ich habe die letzten Tage bei ihnen verbracht und bin dabei, Malaysia zu verlassen und zurück nach Singapur zu gehen. Also habe ich Singapur verlassen, weil mein Monat dort vorüber ist und ich für ein paar Tage nach Malaysia kommen muss. Dann kann ich zurück nach Singapur gehen, um mein indonesisches Visum zu bekommen und dann muss ich nach Malaysia zurückkommen, um mit dem Kajak nach Indonesien zu fahren. Es ist ein leichter Regen, der meiner Meinung nach für ein angenehmes Radfahren sorgen wird. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen nass. Sollte nett sein. Ich bin also zurück in Singapur und wohne bei diesem Ehepaar, das ich von einer Fahrradgemeinschaft namens Warmschauers kennengelernt habe. Im Grunde genommen sind es Menschen, die andere Radfahrer beherbergen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich musste mir ein Visum für Indonesien besorgen, damit ich dann nach Malaysia zurückkehren und ein Kajak besteigen kann, das mir ein anderer Abenteurer in Singapur leid. Ich habe ein Kajak mit kurzem Inselhüpfen, etwa 2 bis 3 Stunden Inselhüpfen, von vielleicht 10 bis 25 Kilometern und ich habe etwa 10 davon. Dann komme ich auf die Insel Sumatra und dann muss ich einen Fluss hinaufpaddeln, um dorthin zu gelangen, wo ich hoffentlich mein Fahrrad verschifft bekomme, und dann bin ich auf Sumatra und fahre mit dem Fahrrad etwa 1000 Kilometer bis zu einer kleinen Kleinstadt, wo ich eine Weile bleiben werde, ein paar Videoschnitte mache und ein paar tolle Geschichten mit Ihnen teile. Ich danke Ihnen. Frieden. Ich fahre mit dem Fahrrad hier entlang. Ich bin von Singapur nach Malaysia eingereist. Oh, 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 oh. Wow. Dieser Kerl würde einigen Schaden anrichten. Sehen Sie sich seine Reißzähne an. Ich glaube, das ist eine malaysische Grubenotter. Ziemlich tödlich. Es hat vor kurzem jemanden getötet. Aber es wird mich nicht töten. Legoland ist gleich da drüben. Und ich bin fast bei Todd, wo ich übernachten werde. Ich muss nur um die Ecke dort hinauf gehen. Schauen Sie sich das an, ich habe zum ersten Mal ein paar neue Radschuhe bekommen. Neue Bremsbelege. Ich habe auch einen neuen Antriebsstrang für das Fahrrad bekommen. Ich werde es in eine Kiste werfen und hoffentlich kommt es nach Indonesien. Es ist auf dem Weg nach Sumatra, Indonesien. Hoffentlich kommt es sicher und gesund an. Glücklicherweise haben die Jungs hier einen Haufen zerbrechlicher Aufkleber darauf angebracht. Sollte gut sein. Die erste Etappe des Kajaks nach Indonesien besteht darin, das Fahrrad dorthin zu bringen. Einige Leute haben es für mich eingepackt, was eine Geldverschwendung ist, weil sie schlechter gearbeitet haben, als ich es getan hätte. Aber ich hoffe, dass sie einen besseren Job gemacht haben. Sie haben es zwar ein bisschen eingewickelt, aber sie haben die Schachtel nicht sehr gut gesichert, also bin ich nicht begeistert. Es hat mich zwar nur 20 Dollar gekostet, aber das ist eine Menge Geld. Der Versand kostet etwa 120 Dollar, was es wert ist, um mir ein gutes Fahrrad zu besorgen, wenn ich in Sumatra ankomme. Das Witzige daran ist, dass es bis zu 100 Dollar versichert ist. Ich würde den Wert meines Fahrrads auf alles auf etwa 1000 Dollar beziffern. Die Versicherung würde die Kosten für den Versand decken. Das ist eine gute Sache. Ich rate mal. Ich glaube, er wird es bis dorthin schaffen. Ich glaube, dass ich vielleicht etwas verpasse, wenn ich dort ankomme, aber ich glaube, es wird es schaffen. Ich hoffe wirklich, dass es das schafft. Es wäre wirklich schlimm, wenn es nicht käme. Ja, ich lasse mir etwas einfallen. Ich habe gerade Todd und Hazel und Sansa und Lukas hier in Malaysia zurückgelassen. Mit wem sprechen Sie? Hm? Sie schreiben einem Freund eine SMS? Ich muss etwa 7,8 Kilometer zu meinem Kajak laufen. Zum Glück ist es ein ziemlich schöner sonniger Tag. Wie man sieht, ist es etwa 8.30 Uhr morgens. Ein etwas späterer Start, als ich gehofft hatte, weil es schon heißer wird. Ich wollte den Spaziergang nur ein bisschen heißer machen, aber in gewisser Weise wollte ich, dass es ein bisschen wärmer wird, weil ich die Unterseite des Kajaks reparieren muss. Es hat eine große Delle und ich habe es nicht eilig. Ich versuche heute nicht zu weit zu fahren. Ich weiß immer noch nicht, ob ich in der Lage sein werde, die Einwanderung zu bewerkstelligen. Ich habe gehört, dass man das nicht am Fährterminal machen kann, wo ich bin, auch wenn es ein internationaler Fährterminal ist. Aber Sie sind es nur gewohnt, Yachten zu räumen, keine Kajaks. Ich habe das Gefühl, dass das daran liegt, dass Sie es noch nie versucht haben. Ich hoffe, dass Sie mich das machen lassen. Wenn nicht, werde ich mit dem Kajak zum anderen Fährterminal fahren müssen. Das große Problem, wie es bei großen Problemen häufig vorkommt, sind Menschen, die die Macht haben, zuerst Nein sagen und nicht bereit sind, ihre Meinung zu ändern oder sich zu öffnen. Oder Sie wissen, dass es ziemlich gefährlich ist und wollen nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Sie jemandem erlauben, ihr Land in einem Kajak zu verlassen. Wir werden also sehen, was passiert. Wenn Sie mich da nicht rauslassen, könnte es ein langes Paddel mitten durch Johore Baru, die Stadt an der Grenze zu Singapur, werden. Ich müsste mir also mehr Sorgen machen, dass die Küstenwache und die Zollbeamten mich aufhalten. Außerdem müsste ich das Boot aus dem Wasser ziehen und durch die Stadt schleppen. Glücklicherweise müsste ich nicht auf den Schultern getragen werden. Ich habe Räder für das Kajak, also könnte ich es durch die Stadt rollen. Es wäre immer noch ein bisschen schmerzhaft, nicht leicht zu machen. Die Kajakreise nach Indonesien hat von Malaysia nach Sumatra begonnen. Ich habe etwa 300 Kilometer Paddelstrecke vor mir. Es könnten mehr als 500 sein, wenn ich nicht an einem Ort verschwinde, den ich hoffentlich räumen kann. Los geht's, das ist nicht der ganze Kram. Ich habe bereits einige Sachen zum Kajak gebracht, als ich gestern mit dem Fahrrad unterwegs war. Es war viel einfacher. Diese Gegend von Malaysia ist sehr interessant. Es gibt tonnenweise Bauten, tonnenweise Wohnungen, tonnenweise Infrastruktur, sehr wenige Menschen. Irgendwie scheint es, dass sie entweder die Höhe des Booms falsch eingeschätzt haben, den sie haben werden. Und ihnen gingen die Leute aus, die hier leben wollten, oder es gibt einfach verdammt viel Korruption, und ich denke, es könnte ein bisschen von beidem sein. Also wurde mir gesagt, dass ich diesen Yachthafen nicht mit einem Kajak verlassen kann, weil ich keine Papiere oder Registrierung habe, und das ist die einzige Möglichkeit dieser Agenten, dies zu tun. Anstatt ihnen also 20 Dollar zu zahlen, damit sie mich aus dem Weg räumen, was sie nicht tun würden, weil sie sagten, es sei unmöglich. Ich ging einfach zum Fährterminal, wo sie ihre Sachen erledigen, ging hinein, fragte nach der Einwanderungsbehörde, und sie stempelten meinen Pass ab. Zuerst waren sie neugierig und stellten mir ein paar Fragen. Ich zeigte ihnen das Papier meiner Regierung, um ihre Bedenken zu zerstreuen. Ich zeigte ihnen, dass ich tatsächlich mit dem Kajak nach Indonesien fuhr und dass ich die Unterstützung meines Parlamentsabgeordneten hatte. Danke, Gord Johns. Er hat sich für mich eingesetzt. Ich glaube, ich bin mir vielleicht nicht sicher. Ich glaube, er hätte mich so oder so gehen lassen. Es war ziemlich einfach. Ich denke, es war eine ruhige Zeit und ich habe den richtigen Einwanderer gefunden, weil keine Bestechung nötig war. Es war einfach ein ziemlich unkomplizierter Stempel. Ich saß für ein paar Minuten in seinem Büro. Er nahm mit einem elektrischen Scanner Fingerabdrücke. Er hat meinen Zeigefinger gescannt. Ich glaube, Singapur nimmt Daumen, aber Malaysia nahm den Zeigefinger. Ich bin startklar. Es gibt hier ein paar Yachten, ein paar Kajaks, sogar ein Kanu. Und das ist mein Boot hier. Es ist eine Eco-Beschich 540, entworfen von John Dock, dem legendären John Dock. Ja, es ist 5,4 Meter lang. Ziemlich normal aussehendes Seekajak. Es gibt einige Dinge, von denen ich sagen würde, dass sie ein bisschen schwach im Design sind, und das sind hauptsächlich diese. Sie scheinen definitiv eine Schwachstelle zu sein, wo sie Wasser einlassen. Aber mir gefällt die kleine Tasche hier vorne, in der man leicht zugängliche Ausrüstung verstauen kann. Und auch diese hinter mir und diese Luft alle einzeln abgedichteten Fächer. Das ist also ziemlich gut. Das war's dann wohl mit dem Schleifen. Ich peddle da raus und hatte Richtung Indonesien. Das war's dann auch mit dem Schleifen. Untertitelung des ZDF, 2020